Wir sind von der TU Berlin, vom Fachgebiet Raumfahrttechnik und zwar haben wir ein Kernteam bestehend aus wissenschaftlichen Mitarbeitern hier aus dem Fachgebiet. Dann haben wir auch richtig studentische Hilfskräfte eingestellt und wir haben dieses ganze Projekt auch in einer Lehrveranstaltung umgesetzt. Wir treten an mit dem SEER, das heißt so viel wie Small Exploration Assistant Rover. Was ich ganz persönlich sehr spannend finde ist, wir haben so ein bisschen ahnen können, wie das in den 60er Jahren gewesen sein muss, als sie gesagt haben, wir wollen jetzt Männer auf den Mond bringen. Und so ähnlich war das für uns auch, weil das eine unglaublich schwierige Aufgabe ist, aber wir haben uns daran getraut. Wir sind ein interdisziplinäres Team, ein Kollege von mir, der Markus, der kümmert sich um unter anderem, das muss man auch so sagen, wir sind natürlich viele im Team, unter anderem um die ganze mechanische Struktur. Unser Roboter zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass er ein sehr hohes Gewicht mit dem Greifarm tragen kann und auch die Ziele mit dem Greifarm autonom anfahren kann. Der Objekttransport ist denke ich ganz interessant. Wie wird dann zum Beispiel das Glas Wasser transportiert, ohne was zu verschütten? Und wir haben es nun mal so gelöst, dass wir das Glas greifen und an eine bestimmte Stelle im Rover packen. Und wie das dann ausgeht, das wissen wir noch nicht. Das werden wir bald testen, aber ich denke für einen Zuschauer ist das interessant. Wird da jetzt was verschüttet oder wird da nichts verschüttet? In kurzer Zeit, Spanne war natürlich eine sehr große Herausforderung, aber wir sind gut dabei. Eigentlich sind wir Experten für Raumfahrtsysteme, für Satelliten. Zum Beispiel in unseren Satellitenlaboren werden diese Satelliten dann integriert und getestet. Und wir betreiben auch die Satelliten. Das heißt, wir haben ein Missionskontrollzentrum, wo wir dann halt die Satelliten kommandieren können. Der DLR Space Book Club bedeutet nochmal eine ganz große Herausforderung. Auch für uns, um da mithalten zu können, haben wir wirklich alles bewegt hier, um wirklich auch nochmal diese Autonomie-Aspekte mit einzubringen und das umzusetzen. Das ist uns bis jetzt sehr erfolgreich gelungen und wir sind sehr gespannt, wie wir dann am Ende abschneiden werden. Die Studenten sind selbst in der vorlesungsfreien Zeit immer hier und arbeiten an dem Rover und sind höchst motiviert. Jeder ist für den anderen da und das zeichnet uns aus. Und das führt, denke ich, auch zum Erfolg. Ich glaube, wenn, dann ist es eher ein männlicher Rover. Ja, wäre ich ja vorsichtig. Curiosity wird ja auch als weiblich gehandelt. Also ich hätte mich da jetzt gar nicht festgelegt, aber ja, ich weiß es auch nicht. Aber wenn, ist es unser Baby. Genau. Würde es geben, wenn wir die Chance dafür kriegen, dann bauen wir es hier 2.0.